Hey Leute, hier ist der Thorsten und heute geht es weiter mit einem Video zum Thema Was macht ein Bild aus? Wir hatten ja schon im letzten Video geschaut, welche Rolle da die Kamera spielt und haben festgestellt, dass da noch einiges mehr dazu gehört als nur die Kamera. Und heute möchte ich dann einfach mal weitermachen. Und die Frage ist, was ist noch wichtig für gute Bilder? Natürlich die Erfahrung. Und wie kommt man zur Erfahrung durch Übung? Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber Übung ist wirklich sehr wichtig, denn man muss einfach auch fotografieren, wirklich selbst die Kamera in die Hand nehmen und alles ausprobieren. Und es bringt halt nichts, da irgendwie alle Videos zu schauen, die es gibt, aber man das selbst nie ausprobiert. Man braucht eben diese Praxiserfahrung, um wirklich besser zu werden und man muss selbst die Fehler machen, muss ausprobieren und so weiter. Und nur weil das jemand in einem Video gezeigt hat, heißt das auch nicht, dass man das genauso machen kann. Die Videos sind wichtig, die Grundlagen zum Beispiel und so weiter. Auch wenn andere Leute Sachen zeigen, egal welche Videos das sind, das ist natürlich immer alles sinnvoll, einfach von Leuten zu lernen, die schon wissen, wie es geht und so weiter. Einfacher geht es ja gar nicht, aber man muss dann eben auch selbst das Ganze wirklich umsetzen und ausprobieren. Und deshalb kommt man um Üben eigentlich gar nicht drum rum. Man sollte einfach viel ausprobieren und das auch in verschiedenen Bereichen, gerade am Anfang. Man sollte neugierig sein. Es gibt so viele verschiedene Bereiche in der Fotografie. Man kann Menschen fotografieren, Landschaften, Architektur, Produkte, Objekte, Autos, Fahrzeuge, Reise, Events, Partys, Tiere und so weiter. Und allein in der Menschenfotografie gibt es dann wieder so viele verschiedene Möglichkeiten. Klassische Porträts, Familien, Hochzeiten, Paare, Schulklassen, Veranstaltungen, Fashion, Beauty. Also da gibt es wirklich einiges an Möglichkeiten und ich finde, man kann nicht in allen Richtungen wirklich gut sein. Man muss sich da irgendwann spezialisieren und muss einfach wissen, was einem am meisten Spaß macht. Und das muss man aber erstmal herausfinden, wenn man das noch nicht weiß. Und dazu ist es einfach so, dass man einfach alles Mögliche ausprobiert. Bei mir war das am Anfang so, ich habe alle möglichen Bilder gemacht. Hier sind ein paar Beispiele von meinen Anfängen mit der Spiegelreflexkamera. Das war damals die 500D mit KIT-Objektiv. Und ich habe hier Landschaft fotografiert. Ich habe eigentlich alles Mögliche fotografiert. Ich hatte die Kamera immer dabei und wollte eigentlich einfach nur fotografieren. Ich hatte Lust dazu, wollte lernen, wollte besser werden. Und ich hatte immer den Drang, da Bilder zu machen, egal was es ist. Ich habe viel ausprobiert, alles Mögliche gemacht und es hat mich eigentlich auch alles interessiert. Und ich war auch noch nicht so spezialisiert auf Porträts oder so. Dann habe ich irgendwann auch mehr mit Menschen gemacht. Und wie man hier jetzt sieht, zum Beispiel habe ich dann auch mal so verträumte Sachen gemacht, wie hier jetzt zum Beispiel. Hier habe ich mit Photoshop dann noch eine Tür in den Himmel gebaut. Dann habe ich hier auch mal düstere Sachen ausprobiert. Und hier auch wieder ein bisschen, ja, was Verspieltes oder wie auch immer. Und durch diese ganzen Versuche und so weiter, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich an Personen am meisten Spaß habe. Und dann konnte ich mich eben darauf ein bisschen konzentrieren. Es schließt ja nicht aus, dass man noch alles andere auch fotografiert, so zum Spaß. Oder einfach, wenn man irgendwo in Urlaub ist oder so, ist das ja alles gar kein Problem. Aber ich denke, wenn man wirklich besser werden möchte, dann sollte man da klein anfangen und sich vielleicht, ja, auf eine oder zwei Bereiche erstmal ein bisschen fokussieren, um da wirklich alles zu lernen. Es geht dann natürlich dabei auch ums Thema Equipment, denn das Equipment ist für Landschaftsfotografie zum Beispiel anders als für Porträts oder Menschenfotografie. Allein deshalb ist es schon gut, wenn man da weiß, was man eigentlich machen will. Zum Beispiel ist Blitzlicht für Porträts oder Menschenfotografie ein Thema, für Landschaft aber nicht. Dann braucht man für Landschaftsfotografie auch andere Objektive, als jetzt zum Beispiel für die Menschenfotografie. Und da fängt das Ganze schon an. Also am besten nicht alles abdecken wollen und alles machen wollen, gerade am Anfang, denn man sollte dann eine Sache mal richtig lernen oder zwei und dann kann man immer noch später weitere Sachen dazunehmen. Das hilft auf jeden Fall dann dabei, dass man schnell in einer Sache besser wird und das ist natürlich super, wenn man dann mal Erfolge hat und so weiter, dann motiviert das natürlich auch wieder weiterzumachen und dran zu bleiben. Ja, als ich dann wusste, ich will Menschen fotografieren und dann auch Porträts im Studio machen und so weiter, das Wetter war noch nicht so gut draußen und so, da habe ich mir dann eben einen Aufsteckblitz noch gekauft, einen Durchlichtschirm und ein Blitzstativ. Und dann habe ich eben im Studio, das war einfach nur ein Kellerraum, das war jetzt kein professionelles Studio oder so, einfach kleiner Keller, ein Zimmer und ja, das sind eigentlich keine idealen Bedingungen, aber habe dann mit diesem einen Blitz und diesem Kit-Objektiv eben Bilder gemacht. Und wenn man damit einfach mal anfängt, ohne jetzt schon tausend Sachen zu haben, dann merkt man auch schon, dass man damit viele Möglichkeiten hat. Hier sind so ein paar Bilder, die ich damit gemacht habe, einfach mit dem Blitz mit Durchlichtschirm auf dem Stativ und dann gibt es hier noch weitere Beispiele, das waren dann eher so normale Porträts und das Ganze habe ich eben mit Freunden gemacht, ich habe mich aber immer nur auf dieses Setup konzentriert, also Kamera, Kit-Objektiv, Aufsteckblitz, Durchlichtschirm und Blitzstativ. Und damit habe ich schon sehr, sehr viel gemacht, denn dann lernt man auch das Ganze, man versteht einfach, was da passiert. Und wenn man jetzt, was weiß ich, tausend verschiedene Sachen hat, die man immer wieder ausprobiert, dann kennt man gar nichts richtig. Man weiß nicht, wie sich so ein Aufsteckblitz vielleicht verhält oder wie so ein Durchlichtschirm letztendlich wirken kann in verschiedenen Situationen. Und man kennt das Kit-Objektiv nicht auswendig. Man weiß gar nicht, was man dann mit den anderen 15 Objektiven, die man vielleicht schon hat, noch machen soll und machen kann, für welchen Zweck die denn geeignet sind und so weiter. Und deshalb ist meine Empfehlung einfach am Anfang einfache Shootings machen, nicht zu viel Equipment und einfach mit Freunden das Ganze machen und wenn die keine Zeit haben, dann einfach selbst vor die Kamera und mit Selbstauslöser, mit einer Fernbedienung das Ganze ausprobieren. Dadurch vergeudet man eben nicht die Zeit von Freunden erst mal, wenn man da noch ganz am Anfang ist. Aber ich denke mal, viele Freunde haben da nichts dagegen, wenn man Bilder von ihnen macht und wenn da nachher zwei, drei schöne Bilder dabei rauskommen, nur dann sind die auch zufrieden und es ist ja auch ein gemeinsames Miteinander-Zeit-Verbringen sozusagen. Und ich denke, da findet man immer Leute, die dazu bereit sind. Das Ganze gilt natürlich jetzt so für Porträtfotografie. Wenn ihr jetzt eher Interesse habt an Landschaften oder so, dann ist es ja eigentlich noch einfacher. Ihr geht einfach raus und fotografiert verschiedene Sachen, fahrt an verschiedene Stellen zu verschiedenen Tageszeiten auch, einfach, dass ihr die Unterschiede seht zwischen der Mittagssonne, der Abendsonne, vielleicht auch frühmorgens, vielleicht ist da noch ein bisschen Nebel und so weiter. Also da einfach auch immer variieren und immer wieder zu einer anderen Zeit irgendwo hinfahren und so weiter. Und dann hilft das natürlich auch weiter. Ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwann versteht man dann, was da eigentlich wirklich passiert mit der Kamera, mit dem Licht und so weiter und was so ein Durchlichtschirm zum Beispiel alles kann. Hier im Beispiel sieht man nochmal das Bild von eben links und rechts ist das auch der Durchlichtschirm. Allerdings ist das jetzt ein ganz anderes Licht. Also links ist alles schön hell und die Person ist schön ausgeleuchtet und rechts haben wir da schon einen extremen Schatten. Das liegt einfach daran, dass der Blitz weiter weggestanden hat mit dem Schirm und dass er auch ein bisschen anders ausgerichtet war und so weiter. Also wenn man das alles mal ein bisschen verstanden hat, dann hat man eben auch das Licht verstanden. Und das ist eigentlich eine Riesensache, denn Licht ist natürlich sehr wichtig beim Fotografieren, wie wir das ja schon im letzten Video auch gesehen haben. Und wenn man das alles mal mit dem wenigen Equipment, das man hat, verstanden hat, dann kann man auch darüber nachdenken, sich anderes Equipment zu kaufen beziehungsweise ist man dann sogar an dem Punkt, wo man merkt, das aktuelle Equipment reicht nicht mehr aus. Ich möchte da was anderes. Ich möchte jetzt auch einen anderen Lichtformer haben, weil ich auch ein anderes Licht möchte oder ich brauche einen stärkeren Blitz, weil ich das und das machen möchte und so weiter. Dann merkt man einfach selbst, wann man welches Equipment braucht. Ich habe mir dann auch irgendwann noch einen Studioblitz gekauft, damit ich einfach mehr Leistung hatte, weil der Aufsteckblitz hat natürlich nicht so viel Leistung und das hat mich dann irgendwann gestört und das hat mir nicht mehr gereicht. Und ja, und dann kann man mit einem Blitz, selbst nur mit einem Blitz wirklich auch schon viele verschiedene Sachen machen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein paar Bilder. Hier ist das Bild wirklich sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Hier oben haben wir so ein Licht von hinten einfach nur. Dann haben wir hier ein sehr gerichtetes Licht, also mit viel Schatten und so weiter. Und hier haben wir auch wieder so eine Mischung aus dem schattigen und dem komplett ausgeleuchteten Licht. Also das war alles mit einem Blitz und dann merkt man auch, wie man so einen Blitz zum Beispiel unterschiedlich einsetzen kann. Das ist ja auch, wie ich das in meinem Videotraining Home Portraits gezeigt habe, da nutze ich ja auch nur einen Blitz und den setze ich eben komplett verschieden ein und dadurch hat man wirklich viele Möglichkeiten mit nur einem Blitz und das auch wirklich zu Hause in irgendeinem Zimmer ohne Studio, ohne alles. Falls ihr weitere Infos zu Home Portraits wollt, schaut in der Videobeschreibung, da habe ich das Ganze verlinkt. Mit dem Gutscheincode HOME20 spart ihr nochmal 20%, wenn ihr das kaufen wollt. Ja, wenn man dann nicht so viel Equipment zur Verfügung hat, dann wird man auch irgendwann kreativ. Man lässt sich andere Sachen einfallen, wie man denn die Bilder vielleicht auch verbessern kann und was man denn noch im Bild machen kann und so weiter. Und hier ist das ja schon so ein Beispiel. Hier hatte ich noch einen Plattenspieler hingestellt und eine Gitarre und so weiter. Also da hat man schon so ein paar Requisiten noch ins Bild gebracht. Das ging dann eben auch weiter. Dann habe ich zum Beispiel hier auch sehr viele Videokassetten mit ins Bild gebracht. Hier viele Kartons und Verpackungsmaterial. Hier habe ich irgendwelche Sachen durch die Luft geworfen und hier habe ich zum Beispiel auch so Musikkassetten hingehangen oder den Hintergrund auch mit einem Stoff von Ikea eben gemacht. Also man wird dann einfach kreativ, man lässt sich was einfallen, wenn man da einfach begrenzte Möglichkeiten hat vom Equipment her. Aber auch räumlich, wenn man nicht so viel Platz hat, muss man irgendwie andere Sachen sich ausdenken. Also nur in einem normalen Zimmer ohne Fotostudio, das war wirklich kein großer Kellerraum, ist das alles schon machbar und man kann sehr, sehr, sehr viel machen. Und ich glaube, diese Geduld, die muss man auch einfach aufbringen und muss sich da intensiv damit beschäftigen, damit man wirklich besser wird. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Sachen hier lernt man alle durch Üben, wie welches Licht wirkt, wie die Kamera wirklich funktioniert, wie man mit Menschen umgeht, die vor der Kamera stehen, wie man Momente einfängt und so weiter und so fort. Das lernt man alles durch Übung. Das ist gut, wenn man das alles in einem Video mal erfährt und sieht, wie das jemand macht, der das schon kennt und so weiter. Aber man muss es eben wirklich selbst machen, die Kamera an die Hand nehmen und einfach mal losgehen und fotografieren. Heute würde ich natürlich auch vieles anders machen, wenn ich so die Bilder von früher sehe. Aber das denke ich in ein paar Jahren sicher auch wieder von den Bildern, die ich heute mache. Denn dann habe ich auch wieder viel gelernt. Und dann nochmal zusammenfassend hier meine Tipps, wie ich das Ganze so gemacht habe. Viel ausprobieren, verschiedene Bereiche ausprobieren und irgendwann merkt man, was man einfach gern macht, was einem nicht so sehr liegt und so weiter. Und dann sich darauf konzentrieren und da wirklich tief einsteigen und natürlich Videos schauen und das Ganze dann aber auch selbst ausprobieren. Überfordert euch nicht bei den Shootings. Geht sie am Anfang einfach an. Überfordert euch nicht mit dem Equipment, dass ihr da irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten habt. Das ist Quatsch. Und übt mit Freunden oder einfach selbst mit euch vor der Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und empfiehlt es weiter. Das würde mich wirklich sehr freuen und mir sehr helfen. Gebt dann auch einen Daumen nach oben und vergesst den Gutscheincode nicht. HOME20 für Home Portraits. Da bekommt ihr 20% Rabatt. In den nächsten Videos gehen wir dann noch auf den Bildaufbau und die Bildbearbeitung ein. Das ist auch alles sehr wichtig. Wenn ihr noch andere Tipps wollt, schaut mal hier, da habe ich noch ein Video verlinkt. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020